Zur politischen Analyse der Lage in der Ukraine begrüße ich Markus Keim von der Stiftung Wissenschaft und Politik. Guten Morgen nach Berlin. Guten Morgen, grüße Sie. Also das, was wir da gestern erlebt haben, dieses Interview oder diese Pressekonferenz von Wladimir Putin. Wie haben Sie das erlebt und was lesen Sie daraus? Worum geht es ihm? Was soll für Putin am Ende bei rauskommen? Haben Sie eine Ahnung? Ich kann natürlich nicht in seinen Kopf schauen, aber ich glaube, er hat ein bisschen auf Zeit gespielt. Er hat die Situation nicht weiter eskaliert. Er hat aber auch nichts getan, um sie zu deeskalieren. Er hat betont, dass im Moment keine Notwendigkeit für einen Militäransatz bestünde und behält sich damit alle Optionen offen. Und je länger die internationale Gemeinschaft mit konkreten Gegenmaßnahmen wartet, desto mehr verfestigt sich ja der Status quo auf der Krim. Und wenn nichts passiert, wenn sozusagen der Staat, der Stand der Dinge, wie wir ihn jetzt haben, eine de facto Intervention Russlands in die Ukraine, vielleicht in den nächsten Tagen oder in den nächsten Wochen eine faktische Abspaltung der Krim und andere Teile der Ukraine, wenn das anhalten würde, dann würde sich die Situation irgendwann so verfestigen, dass wir sie akzeptieren müssen. Das heißt, Sie sehen jetzt schon eher die Krim als abgespalten oder glauben Sie, dass es noch einen Weg zurück gibt? So weit würde ich nicht gehen, aber ich glaube, die russische Führung hat von ihrem grundsätzlichen Ziel noch keinen Abstand genommen, eine russische Interessenssphäre zu schaffen, die vielleicht nicht per se antiwestlich gerichtet ist, aber die zumindest frei sein soll von westlichem Einfluss. Und westlicher Einfluss heißt konkret der Europäischen Union und der NATO. Und das ist ja einer der Schlüsselpunkte, dass offensichtlich die russische Führung sich umzingelt sieht, bedroht sieht von dem Westkurs, den die Ukraine eingeschlagen hat. Und das gilt es zu revidieren. Ja, das will ja auch im Grunde genommen Janukowitsch diesen Westeinfluss abschütteln. Deswegen hat er ja auch einen Brief geschrieben und nicht nur deshalb, sondern weil ihm die Leute dort auf die Straße gegangen sind. Und dieser Brief ist nun dran schuld, dass Russlands Präsident sich da gemüßigt fühlt, sich einzumischen. Aber er bestreitet ja alles und sagt, das ist eigentlich alles nicht so und hält sich alles offen. Ist Janukowitsch tatsächlich schuld an allem? In solchen Krisen und Konflikten gibt es immer viele Gründe und viele Beteiligte. Das Interessante ist, dass der russische Präsident ja gestern letztlich darauf hingewiesen hat, dass er den ukrainischen Präsidenten in rechtlicher Perspektive noch als im Amt befindlich betrachtet, ihn als politisch aber nicht mehr relevant betrachtet. Also dementsprechend ist, glaube ich, auch der russischen Führung klar, dass ein Rückkehr zum Status Quo von vor wenigen Tagen oder von vor wenigen Wochen so nicht mehr möglich sein wird. Ich glaube, letztlich hat die russische Führung viele Fehler gemacht und die eklatantesten sind seit Freitagabend passiert. Die ukrainische Führung unter Präsident Janukowitsch hat, glaube ich, erhebliche Fehler begangen, indem sie einen autoritären Kurs im Land eingeschlagen hat. Aber auch die neue Führung in Kiew ist nicht frei von Verantwortlichkeiten. Ein Beispiel nur, die Revision des Sprachgesetzes in der Ukraine, die in einigen Teilen das Nutzen von Russisch als Amtssprache unmöglich gemacht hat, war ein fatales Signal. Das Gegenteil wäre richtig gewesen, nämlich nach der Revolution in Kiew auf die Einheit des Landes zu verweisen und den Krim-Tartaren und der russischsprachigen Minderheit Angebote zur Einbindung zu machen. Und das ist unterblieben. Da gibt es ja deutliche Rufe aus dem Westen, die beide Seiten auffordern, sich doch vernünftig zu verhalten. Aus dem Westen kommen so verschiedene Dinge. Also natürlich die diplomatischen Bemühungen als eine Flagge, die man hisst. Die andere Flagge ist die Androhung von Strafmaßnahmen, von Sanktionen. Und da sagt ja Vladimir Putin, wenn der Westen meint, dass er das machen müsste, soll er mal versuchen. Damit würde er beiden Seiten schaden. Also nicht nur den Russen, sondern sich selbst. Was sagen Sie dazu? Also aus der früheren Erfahrung mit Sanktionen und ich denke hier insbesondere an das Sanktionsregime gegenüber dem Iran, wissen wir, dass Sanktionen nur dann wirksam sein können, wenn sie erstens von der gesamten internationalen Staatengemeinschaft umgesetzt werden, also nicht nur der EU, sondern auch vielen anderen Akteuren in der Weltpolitik. Und wenn sie zweitens über einen sehr langen Zeitraum umgesetzt werden. Und beides sehe ich im Falle Russlands überhaupt nicht gegeben. Dementsprechend würde ich all das, was jetzt unter Wirtschaftssanktionen angedroht wird, eher als politische Symbolik einordnen wollen. Anders würde ich bewerten, diese etwas gezielteren Sanktionen gegen Teile der ukrainischen Führung, aber vor allen Dingen auch gegen die russische Führungselite, wenn es darum geht, eben gezielt einzelnen Personen, die Einreise in die Europäische Union, beziehungsweise ihrer Familie, die Einreise in die Europäische Union zu verweigern und entsprechende Vermögenswerte einzufrieren. Das könnten eher schmerzhafte Sanktionen sein, die zu einem politischen Meinungsumschwung beitragen könnten. Also so richtige Schwerter haben wir da nicht, die sind höchstens aus Plastik, höre ich daraus. Nun ist Putin, und wir kommen immer wieder auf Putin, bereit und zeigt sich zumindest offen für den Vorschlag einer internationalen Kontaktgruppe. Die OSZE wird immer wieder genannt, die EU, die UNO und so viele Panels, die es gibt. Wie viele Chancen räumen Sie dem Ganzen ein? Also das Kontaktgruppenmodell passt und passt zugleich nicht. Wir kennen das aus einem ganz anderen Zusammenhang, nämlich aus den Jugoslawienkriegen der 1990er Jahre, wo es also darum ging, wirklich zwischen Konfliktparteien zu verhandeln, die in einem Bürgerkrieg verwickelt sind. Davon sind wir ja hier weit entfernt. Was ich verheißungsvoll finde, ist die Mission der Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit, der OSZE, weil viele Konturen oder viele Elemente dessen, was ab Freitagabend passiert ist, nämlich der militärischen Präsenz, der militärischen Intervention Russlands in der Ukraine, sind ja nicht ganz klar. Also wer sind denn jetzt wirklich diese russischen Streitkräfte, die keine Streitkräfte sein sollen angeblich? Handelt es sich dabei um russische Soldaten? Wo sind die stationiert? Wie ist überhaupt die russische Truppenpräsenz wirklich vor Ort? Und da glaube ich, wäre es ganz wichtig, Klarheit herbeizuführen, weil ich glaube, das ist in den letzten Tagen deutlich geworden, hier stehen sich Akteure gegenüber, sodass es ein kleiner Funken zu einer weiteren Eskalation beitragen kann. Und zu wissen, wer wo steht und wer welche militärischen Fähigkeiten hat und das auch klar zu kommunizieren allen Beteiligten, wäre ein wichtiger Beitrag zur Deeskalation und darüber hinaus auch zu einer politischen Einschätzung der Lage. Das sind Einschätzungen von Markus Keim vom Deutschen Institut für internationale Politik und Sicherheit in Berlin. Haben Sie herzlichen Dank. Gerne.